Ah, es brennt. Ich glaube, ich bin infiziert. Ich hab nichts mehr. Jetzt hab ich ja gar nichts mehr. Na, Hammergell. Alter, wie du angesprungen kommst. Hast du mich vermisst, oder wie? Wie so ein Hund kommt da angesprungen. Ich will mich nicht verwandeln. Ja, Alter, die sind ja alle vergiftet. Habt ihr das gesehen, ey? Mit einer Faust hab ich ihn zerstört, ey. Bäm! Miese Power-Faust gegeben. Ah, da bricht selbst der krasseste Zombie zusammen. Und denkt sich, wow, 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 mach mal halblank hier. Ach, der 3D-Drucker ist jetzt hier wieder? Was ist das von der Waffe? Oh, hinter mir. Ey, jetzt häng ich wieder fest, ey. Jedes Mal ist es gleich so. Wie oft ich schon in solchen Situationen gestorben bin. Gefällt mir übrigens nicht. Die ist schon besser. Haben wir noch Überschaden? Wir haben noch Überschaden, yes. Weck geboxt, dieser. Weck geboxt, dieser. Oh, shit, rette dich. Lieber Arm ab, als arm dran, oder? Ja, genau. Und weder jemand sagt, ey, das hast du falsch rumgesagt. Das war absichtbar. What the fuck, Alter? Da lag Munition. Hey, wo sind die denn? Wo krabbeln die denn gerade da? Da, da, Alter. Hat der sich da hochgekrabbelt auf den Bus? Hammer, krass. Ich hoffe, ihr wart zufrieden jetzt mit der Leistung gerade, Leute. Das sah nicht so scheiße aus, oder? So, Exo-Sanitäter. Was ist Exo-Sanitäter? Heißt das, dass ich die Leute schneller wiederbeleben kann, oder was? Okay, so, jetzt dammle ich nochmal ein paar Punkte, dann punche ich die Waffe nochmal auf. Wieso renne ich eigentlich alleine durch die Gegend, ey? Wieso, wieso kommen die Leute nicht zu mir, ey? Ich verstehe das nicht. Stinkt doch nicht, oder? Stinkt nicht. Ich hab mich gewaschen letztens erst. An Weihnachten war das, glaube ich. Bin mir nicht mal ganz so sicher. Kann man da oben rauf? Krass. Aber da kommen schon auch welche durch, oder? Ja, das kommt mit. Hallo. Ach du, krass. Krass. Wieso ein Bundesran? Das hab ich auch noch nie gesehen. Was hab ich für ne fette Waffe jetzt? Ich muss hier runter, ich brauch Punkte, ja. Alter, gib der mir nur den Kopf, schnulles. Alter, vom allerfalls. Was, der sich einen ablacht, Alter. Hyperschaden. Hyperschaden. Bäm. Schellen verteilen. Bah, du kommst da nicht raus. Alter, wenn du Hyperschaden hast, warum boxt du die denn nicht? Du kriegst so viel mehr Punkte, wenn du... Und ich habe immer noch die blauen Granaten, wo ich immer noch nicht weiß, was sie genau bewirken. Aber ich glaube, die machen so ein Schild, oder so ein Slow-Motion-Schild, oder was war das? Ich weiß nicht. Ja, ohne Witz, ich gehe hier raus. Man muss mehr Platz haben, sonst ist man so schnell geliefert. Oh, scheiße, ich habe kaum noch Munition. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. So, ey, Leute, ohne Witz, die Runde ist doch richtig gut, oder? Ey, ich laber nicht so viel gerade. Es tut mir leid. Aber darauf habe ich im letzten Stream so viel Scheiße erzählt. Weil da ist irgendwie die Atmosphäre ein bisschen lockerer, you know? Because it's einfach easy, you know? It's easy, locker easy. Oh, da habe ich Scheiße gelabelt, Alter. Boah, da muss auch... Aber naja, ich sage ja, wer nicht beim Stream dabei ist, verpasst halt was. Ist auch Scheiße egal. Dem ist es halt nicht wert, so, weißt du? Ist ja auch easy, so, ist okay. Ist okay, Boy. Alter, schon wieder die Munition weg. Okay, Leute. Gönnen wir uns das nochmal. Schlag, 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 schlag. What the fuck? Der hätte noch... Nein, mir fiel zehn Punkte. Komm, bitte, einer noch. Einer noch. Komm, 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 komm. Zehn Punkte, deswegen wollte ich den schlagen, dass ich mir gleich noch ein Level gönnen kann. Aber... Yes, perfekt. Das waren die zehn Punkte, die mir gefehlt haben. So. Das ist bisher auf jeden Fall das höchste Waffenlevel, was ich bisher erreicht habe, niemals. Vorher bin ich draufgegangen oder habe mir andere Sachen gekauft. So, die auch nachladen. Ich überlege die ganze Zeit. Lohnt es sich jetzt, neues Nachladen zu kaufen? Was ist das für ein mieser Laser? Achso. Wollte ich schon sagen, oder? Okay, hier ist eine ganz gute Ecke. Das sollen wir überleben. Bist du tot? Der ist schon tot. Okay. Der macht es schon, Leute. Der macht es schon. Ey, ich bin voll am Konzentrieren. Konzentriert-Phase. Konzentration. Ohne Ende. Volle Munition. Yeah, Alter. Ey, die Runde ist richtig fett. Was geht hier ab? Ja, ja. 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 Boah, ich gehe wieder zu dem raus, ey. Ich muss auf jeden Fall, das habe ich auch für mich festgestellt, muss auf jeden Fall irgendwo sein, wo ich viel mehr platze, weil es ist so oft jetzt schon passiert, dass ich irgendwie in eine Enge, in eine Ecke gedrängt werde, Gangbang-mäßig auseinandergenommen worden bin, wo ich nicht so drauf stehe, ja. Mein Arsch bleibt immer nur ein Ausgang, kein Eingang. Das sollen die Zunge sich lange mal merken. Ähm, ha. Und ja. Ist öfters deswegen schief gegangen. Ich bin fast leer. Woah, Woah, Shit, 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 Shit. Nee nee nee, das lassen wir schön sein. Oh, das wollte ich nicht voll gegen den Zaun in diesem Trickshot machen. Ah, das ist es. Sie haben bekommen, was sie verdient haben. Warum schießen die so schnell plötzlich? Warte ich schon die ganze Zeit so? Sag mal, leben die noch? Kommen die mal zu mir? Einer vielleicht? Wäre ganz nice so, weißt du? Vielleicht zusammenarbeiten, draußen. Irgendwie schießt sie voll komisch, Alter. Sie ist schon die ganze Zeit so geschossen? Es hört sich so an, als würde sie doppelt so schnell schießen wie sonst. Blender Schnellspritzer hier. Nein, 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 nein. Das nenne ich Rock'n'Roll. Bomben machen Bogen. Das ist einfach so. Hammerharder. Hammerharder. Scheiße. Ich brauch mehr Munition. Jetzt bin ich gearscht. Jetzt bin ich gearscht. Scheiße. Okay. Meine Chancen sind gerade massiger in den den K naprawdę gegeben. Nein, nein, nein! 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 Boah! Ich wollte in den Raum! Ich wollte in den Exo-Raum gehen, weil ja, die sind da... Da sind die Fallen ziemlich nice. Boah, das ist auf jeden Fall meine allerbeste Runde, Busell, Leute. Ey, sorry, ich... Diesmal nicht so viel Scheiß gelaber. Aber das muss ja auch, man... Das muss ja immer automatisch rauskommt. Das kann man gar nicht erzwingen. Das kann man nicht erzwingen, Leute. Auf jeden Fall eine Schnapssal an den Kills, deswegen müsste ich eigentlich einen ausgeben. Aber das mache ich nicht. Weil ich es nicht mache. Gut, Leute, ey, die Runde war echt ziemlich geil, fand ich. Die Waffe ist sehr nice. Und wie gesagt, die in Kombination mit der fetten Schroffel... Boah, hammerhart, äh, hammerhart. Ich bin zufrieden mit der Runde. Auf jeden Fall einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt. Lief ganz gut. Und, ja, Leute. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid. Haut rein und tschüss. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Ich bin Anfang.